Ein Smart ist hier zum Verkauf angeboten. Der silberne Kleinwagen hat drei Türen und bietet zwei Sitzplätze. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 65.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Ende 2011. Der Kleinwagen verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, Start-Top-Automatik, ABS, ESP, Regensensor und noch vieles mehr. Das Automatikgetriebe überträgt eine Leistung von 61 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners liegt bei 4,7 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017